Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Oveling auf meinem Kanal, Leute. Heute mit dem freshen Walkout. Alter, fresher Walkout am Start. Nächstes Team-Of-Deer-Pack-Oveling, Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Team-Of-Deer gezogen habt. Hashtag ja, Hashtag nein. Wenn ja, schreibt auch mal gerne rein, welchen ihr schon gezogen habt. Würde mich mal interessieren, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glockaktivität, einschalten. Lasst gerne einen Like, wenn es euch gefällt. Checkt noch gerne den Shop aus, ne? Nice-Designs in schwarz, in weiß, als T-Shirt, als Pullover in orange, in blau, in rot und in grün. Erstmal die Bändel hier rausmachen, ne? Ihr wisst Bescheid. Also gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice! LED-Lampen auch am Start. Handyhüllen in den vier Farben. Wo sind meine Handyhüllen? Ach, hier, ihr wisst es doch, Leute, ne? In orange, blau, rot und grün. Also checkt es gerne aus. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, gratis Autogramm-Karte liegt auch noch dazu. Ich sag, starten jetzt, wie du. Bleiben wir zum Schluss an. Let's go. Schreibt mal rein, da wie ein Chip. Okay, dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit den Zweier-Packs. Let's go. Let's go, let's go. Hä? Wo kommt Vidal her, Alter? Bitte. Wo kam Vidal jetzt gerade her? Ich hab keine Ahnung, Digga. Vidal, Alter. Äh, Da Vinci, wo kam Vidal her, Digga? Was macht Vidal auf einmal da? Ganz, ganz komische Sache. Warum kam da gerade Vidal? Egal, na egal. Los geht's, Alter. Komm, um Team of G direkt im ersten Pack. Ich riech's doch, Alter. Ich riech ihn doch, den Team of G. Ich riech ihn. Ich riech ihn doch nicht, Alter. Hat es den noch, Vidal? Achso, okay, dann kann der... Oh, Sanchez, Digga. Geht's sogar. Wann ich, wie viel hat Sanchez letztes Jahr? 87, oder? Ich glaub, Sanchez hat letztes Jahr noch 87, der einfach 5 Punkte Minus bekommen. Der ist gerade auch, glaub ich, wieder verletzt, ne? Richtig bitter. Intermeiler hat den einfach geholt, der Typ ist wieder verletzt gewesen. Schade, eigentlich. Cuadiamono am Start. Naja. Okay, Digga. Ist in Ordnung, Alter. Ist in Ordnung, Alter. Muss man ja sagen. Ist in Ordnung. Weiter geht's, zweites Pack. Kann nur besser werden. Obwohl, was heißt, kann nur besser werden? Ging sogar 82er. Das Ding ist, hier kommt wahrscheinlich wieder kein einziger 83er Plus. Was ist das, Digga? Ballastisch. Junge, der hat 77, Mann. Ist einfach fast zwei Punkte weniger, der wäre Silber, Mann. Kann hier was sein, ey. Komplett shit wieder. Komplett shit. Und Querquilja war auch noch am Start. Typ ist eigentlich, das ist einzig gut bei dem, der ist halt schnell. Aber das war's auch. Schnell ist er, aber der Rest, na gut. Quasi fast zwei Silberspieler, Alter. Ein, zwei Punkte weniger bei beiden, die wären Silber, ey. Korrekt, Alter. Ich sag's nicht. Diese zwei, zwei Goldspieler Packs, Alter, lohnt sich nicht, ey. Ohne Witz. Lohnt sich komplett. War nicht, ey. Lohnt sich absolut. War nicht. Ist 83er Plus wenigstens. Ist... Wie... Ciao, Mario. War bei Inter Mailand letztes Jahr noch, ne? Oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht. Aber das Wappen passt eigentlich Baba. Das Wappen passt eigentlich Baba zur Flagge von Portugal. Muss man ihm lassen, Alter. Spielt jetzt bei... Dings spielt er auch Höwedes, ne? Bei Lokomotiv Moskau spielt er mit Höwedes zusammen. Safe nur deswegen eingewechselt. Dennis Harmon am Start. 75er Rating, Alter. Hab ich eben gesagt, bei einem 77er zwei Punkte weniger, dann wäre der Silber. Drei Punkte meine ich natürlich, weil ab 74 ist er Silber. Aber das hier, Digga. Ohne Scheiße. Dennis. Da kann man mal Silber machen. Wie frechheit ist das? Na, egal. Okay. Wir haben noch davon drei. Vier. Vier. Vier Packs von diesen zwei Spieler Packs. Safe. Da ist kein einziger 83er Plus drin. Da Vinci, was sagst du? Denkst du, da ist ein 83er Plus drin? Safe nicht, ne? Safe nicht, Alter. Safe nicht. Katastrophe, Alter. Mario Hermoso. Der Typ ist krank. Richtig schnell, Alter. 79 Tempo, aber nur 80er Rating. Der Vinci schreibt auch schon da hin. Siehste, selbst der Vinci hat die Hoffnung aufgegeben, Alter. Selbst der Vinci. Alter, was hat der für einen Namen? Chuk Boese, Alter. Eigentlich gute Wert, oder? Mit vier schnellen Skills. 1999 erst geboren. Ein jährig junger Typ. 53 Stärke, Alter. Verliert jeden Zweikampf. Boah, Digga, Digga. Der ist gut, ne? Ich weiß nicht so groß, ne? 1,84 geht. So wie Ramos nicht. Ich glaube, Ramos ist 1,83. Okay. Weißt du, kann man nur, Leute. Wie gesagt, Safe kein einziger Dings. Kein einziger 83er Plus drin. Ich habe auch so einmal Varane, Eriksen und Fernandinho gezogen. Das ist doch stabil, ey. Junge. Meinte. Digga. FIFA ist Online-Casino. Das ist halt wirklich. Digga, Alter. 78er Rating. Das Ding ist, Meinte hatte mal vor... Junge, diesen Junior hast du auch immer in diesen Packs drin, Alter. Jedes Mal. Meinte war mal Team of the Season. Wann war das? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ey, der Digga, der hat 11 Gerätsche. Was ist das denn? Junge. 11. Einfach fast unter 10. Was ist los mit dem? Aggressivität auch nur 38. Ey, Digga. Das war entweder Abschluss 48, Alter. So einen guten Schuss wie Kantea, der Kollege. Das war letztes oder vorletztes Jahr. Ich glaube, vorletztes. Da hatte der einen Tots. Der war richtig gut, ey. Der war wirklich stabil, der Team of the Season. Aber so die normale Karte kannst du halt vergessen, ey. G2 haben wir noch. Und jetzt machen wir das jetzt auf. Irgendwie ein 83er Plus, Mann. Jawohl, Alter. Ich fasse es nicht. Frankreich. ZIV. Oh, Manchester City. Laporte oder was? In Form. Äh, In Form. Walkout. Digga. Laporte ist ja sogar nice, Mann. Sie macht ziger Walkout. Geht doch sogar klar. Ey, für so einen Pack ist es in Ordnung, ey. Ey, Da Vinci, kannst du jetzt nichts gegen sagen, Alter. Das ist in Ordnung, Mann. Nice, Digga. Geht doch, Fantastic Boy. Ja, das ist stabil, ey. Das ist stabil, ey. Ey, Digga. Laporte hat doch letztes Jahr einen richtig kranken, ähm, richtig, richtig kranken Team of the Season, ne? Den hab ich gezogen. Der Sound ist ganz leise an, ja. Den hab ich letztes Jahr gezogen in den Premier League Pack, den 94er Team of the Season. Laporte, der war saftig, Alter. Der war richtig gut. Dieses Jahr, okay. Laporte ist eigentlich eine stabile Karte, aber hat halt nur 64 Tempo, ne? Ich weiß gar nicht, was ist der wert, ey. Du musst auf die Lichter achten. Ja, Digga, ich weiß, Alter. Ich hab keine Ahnung, warum man die Walkouts erkennt, ohne Scheiß, Alter. Dafür zieh ich zu wenig Packs in diesem Jahr, Alter. Warte mal, ich guck mal kurz. Laporte, ich will nur mal schauen, natürlich ist es untradeable. Jetzt steht das hier wieder nicht, Alter. Wer weiß, wie viel Laporte Werte ist, ungefähr. Ich will's nur wissen. Auch wenn die untradeable sind. Nice, aber ist okay, Digga. 780er kann man gut für SBCs eintauschen, deswegen. Ja, ich weiß, dass man an den Lichtern und Walkout erkennt. 20 bis 30k, aber wie gesagt, ich zieh so selten Packs, deswegen. Keine Ahnung. Ja, Digga, und dann 75er dahinter. Ey, Junge, Junge, Junge. 30k. Ja, das geht doch. Alter, warum hat der, Alter, der hat 61 Anträge. Aber der war in den letzten Jahren immer viel, viel schneller, ne? Viel, viel schneller war der. Das Ding ist, jetzt ist das Rating hochgegangen. Und das Tempo ist komplett runtergegangen. Aber die Defensive werde ich jetzt schon stabil, ne? Ohne Witz, der hatte eigentlich in den letzten drei Jahren immer so mindestens 70 Tempo. Ich glaube sogar mal 74, 75 Tempo. Aber immer nur so ein 83er Rating, 84er Rating. Jetzt geht er auf 87 hoch und das Tempo geht so weit runter. Digga, wer denkt sich das wieder aus, ey? Naja, was soll's. Ist okay, Digga. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen, Leute. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Okay. Let's go. Zwei seltener Goldspieler-Pack. Come on, Alter. Team of the year aus dem Pack wäre natürlich auch... Das wäre gut. Das Ding ist, Team of the year aus so einem Pack wäre natürlich auch schon wieder zu viel. Ist gut. Aber man muss ja auch nicht übertreiben. Der ist gut, Zahavi, Alter. Echt? Ist der stabil? Der ist echt stabil. Der hat eigentlich immer gute Informs, muss man sagen. Der ist okay, Digga. Der ist in Ordnung. Gut, den hat er sogar viel schnelleren Skills. Naja, Mann. Der ist echt stabil. Ja, gut. Das ist halt 81er Rating. Antonio Amor noch. Scheiß, die Mann, Alter. Okay. Was machen wir zuerst auf? Nichts als Spieler. Hier sind zwölf Spieler. Sechs sind selten. Hier sind zwölf Spieler. Drei sind selten. Okay, Alter. Bitte. Come on, Alter. Bitte. Wenigstens die blaue Animation, Alter. Come on. Von mir aus kann's dann auch eine Champions-League-Karte sein, Alter. Ich weiß eh nicht, wo der Unterschied ist bei Champions-League und... Äh, Dings. Ach, das ist wieder nicht mal ein 83er-Plus. Da immer, ohne Scheiß, Alter. Ey, der Typ regt richtig auf, ne? Miljovevic. Der Typ ist in wirklich... Ist schon wieder falsch ausgesprochen, Alter. Miljvojevic. So rum. Der Typ ist in jedem dritten von diesen Packs, Alter. Was ist mit denen? Der nervt sowas von. Immer ist der am Start, Alter. Zuma, ey. Zuma, früher ist Talent gewesen. Jetzt 80er-Rating. 80er-Rating. Stärke 92. Und der hat, glaube ich, jedes Jahr so eine Stärke, ne? Der Typ, der geht, glaube ich, jeden Zweikampf, Alter. Ich sag's euch. Naja. Gut, ey. Also. Leute. 12 Spieler. Sogar alles Goldspieler, Alter. Das ist natürlich saftig. 6 davon sind selten, ey. Digga. Wenn da jetzt kein, äh... Wenn da jetzt kein Dings drin ist, dann weiß ich wirklich auch nicht, ey. Bitte, Mann. Gönn einfach. Da muss wenigstens eine blaue Animation drin sein. Wie gesagt, von mir aus auch gern Chemitz die Karte. Ich erkenne eh keinen Unterschied, ob Chemitz die Karte oder Team of the Year. Deswegen, da kann man wenigstens kurz zittern. Ob's einer wird. Wird's eh nicht. Aber egal. Come on, Alter. Team of the Year, Bruder. Bitte. Bitte blaue Animation. Come on. Come on, Bruder. Come on. Ach, scheiße. Nicht mal 83er Plus, ne? Naja. Ey. Jetzt sind wir ohne Scheiße, ey. Maguire, Alter. Boah, ist das schlecht, ey. War das Prem... Ah, nee. Das müssten aber... Ja, okay. Ich war gerade im Überlegen, aber das sind ja nicht nur Premier League Spiele. Das heißt, hier hätte ja alles drin sein können. Alter, Junge. Maguire, Digger. Maguire. Alter. Digger. Was ist das? Das ist scheiße, ey. Das ist komplett scheiße. David Neres haben wir noch im Start. Der Typ hat 85 Millionen gekostet oder so. Ist tradable, das Pack? Nee, ist nicht tradable. Der Junge ist das schlecht, Alter. Khedira, dem Bruder von Sami Amono am Start. Also, Leute, ich sag mal so. Katastrophe, ey. David Neres. Ist doch aber okay. Fünfstellen Skills, ja. Aber na gut. Da sind wir uns auch nix, ey. Maskerane spielt immer noch. WTF, Digger. Naja, ganz, ganz komische Sache. Ganz, ganz komische Sache. So, wir müssten, glaube ich, noch ein, zwei Packs hinkriegen. Willst du die nochmal machen, Rocky? Willst du mal? Leute, das war's, Leute, von diesem Pack Opening. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Like da lassen. Gerne Abo da lassen. Block aktivieren, um nix mehr zu verpassen. Und gerne, wie immer, bis zum Schluss dranbleiben. Würden wir freuen, Leute. Wäre sehr, sehr nice. Checkt jetzt noch, wie gesagt, gerne mal in Shop aus, ne? In schwarz, in weiß. Die nice designs. In orange, in blau, in rot und in grün. Checkt's gerne aus. Also, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LDD-Lamp haben wir am Start, Leute. Die Handyhöhlen auch am Start. In orange, blau, rot und grün. Und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch immer zur Bestellung dazu. Also, checkt's gerne aus, Mann. Ich würde mich freuen, Leute. Ich danke euch für euren Support. Und irgendwann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht, ne? Jawohl, Alter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.